Was ist die Geschichte von diesem Vortrag? Im ersten Haus, gleich in der ersten Fraktionssitzung, die wir hatten, wo es gerade bei dem Thema sehr hoch herging und ich mir dachte, irgendwie habe ich es halt ganz gerne, wenn ich über ein Thema nachdenke, mir eine Meinung bilde, wenn ich so einen festen Grund habe, auf dem ich mich bewegen kann. Und bei Transparenz stellte sich das als ganz schwierig raus, weil Transparenz ist so etwas Ähnliches wie, ja, eben, mal ein weiteres, sind so ähnlich unergiebig wie Aussagen über die Lehre oder über das Nichts. Das heißt, man muss eigentlich überlegen, es geht um die Abwesenheit von irgendwas. Und, ja, der Durchbruch kam dann irgendwann, als ich auf den Begriff Geheimnis gekommen bin und da halt bei eben einem Soziologen, einem der Begründer der deutschen Soziologie, Georg Simmel, einiges dazu gefunden habe und die Zitate, die hier inkursiv im Vortrag auftauchen, diese stammen sämtlich hier aus dem Buch von Georg Simmel, Soziologie, Untersuchung über die Form der Gesellschaft von 1908, also ganz spannend zu sehen, was so 1908 zu dem Thema geschrieben wurde. Ja, Transparenz, außerdem Kernforderung, die nicht nur wir an Politiker, Verwaltung und Unternehmen haben. Es ist ein häufig genutztes Schlagwort, auch oft Totschlagwort bei uns in der Partei. Als Steigerung habe ich gerade vorgestern in der Ausschusssitzung von einer anderen Partei das Wort absolute Transparenz. Es kam aus der SPD die Forderung an den Innensenator Henkel, so, wo ich dann als Reaktion gewarnt habe vor der inflationären Verwendung des Wortes absolute Transparenz. Und es ist, ja, leicht gesagt, aber eben viel schwieriger getan. Erstmal fällt auf, wenn man sich, ja, wenn man sich mit Geheimnis beschäftigt, dass es ein interessantes Verhältnis zum Thema Privatsphäre gibt. Nämlich ist Privatsphäre einfach schlicht der Raum von Geheimnissen, der uns umgibt. Und dieser Raum ist eben auch dann diese Geheimsphären, die uns umgeben, sind unterschiedlich groß gegenüber verschiedenen Personen und haben sogar Namen wie eben Intimsphäre oder Privatsphäre. Und je nachdem, also wem wir gegenüberstehen, haben wir mehr oder weniger Geheimnisse. Und am meisten natürlich gegenüber der Öffentlichkeit. Und, ja, des Weiteren, so für die soziale Nähe spielt es auch eine ganz wichtige Rolle, wie viele Geheimnisse wir bereit sind mit einer Person oder einer Gruppe zu teilen. Das ist auch so ein bisschen eine Metrik für soziale Nähe oder umgekehrt eben Distanz drückt sich eben auch darin aus, was wir verbergen. Und generell kann man sagen, erst mal Geheimnisse verbinden oder schließen aus. Wenn man dann auch mal ins Recht reinguckt, das tue ich dann auch immer ganz gerne, stellt man fest, dass auch das Recht auf Geheimnis und Vertraulichkeitspflichten in unserer Rechtsordnung an ganz vielen Stellen auftauchen. Ich habe hier mal aufgelistet, Brief, Fernmelde, Redaktionssteuer, Beicht, Amts, Betriebsbank oder Staatsgeheimnis. Und allgemein, was viele vielleicht auch nicht wissen, das gesprochene Wort gilt als vertraulich. Und etwa das Anfertigen heimlicher Tonaufzeichnung kann mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Und natürlich, ja, Brief- und Fernmeldegeheimnis, Verrat von Amtsgeheimnissen, alles strafbar. So die wichtigste Rechtsgrundlage dabei sind halt die allgemeinen Freiheits- und Persönlichkeitsrechte, die wiederum Teil derjenigen Menschenrechte sind, die auch im Grundgesetz bei uns verankert sind. Das heißt, an der Stelle ist es auch mit dem Relativieren, das ist ganz tief eben in unserer Rechtsordnung. So, bei den Geheimnissen, jetzt erstmal das Einzelnen, Geheimnis, Wissen ist Macht. Und das Geheimnis ist einfach auch ein, ja, Machtinstrument oder ein Gegenmachtinstrument, dessen sich jeder Einzelne erstmal bedienen kann, um sich zu schützen. Und Geheimnisse schützen einfach von Manipulationen, entweder durch geistig Überlegene oder materiell Mächtigere. Und dann tatsächlich sagen erstmal, Geheimnisse schützen die Freiheit der Schwächeren. So, Geheimnisse haben auch, das hat Simmel schön gemerkt, auch edle und romantische Aspekte. So, fand ich sehr bemerkenswert, auch ein Motiv für Geheimhaltung aus Bescheidenheit, weil man sich nicht durch Lob und Lohn bezahlen lassen möchte. Der feine Charme der vornehmen Seele, die gerade ihr Bestes verbirgt, aus diesem Grunde schöne alte Worte. Und dann auch noch, seitendegen, so Geheimnisse als seelisches Kapital in einer intimen Beziehung. So, wo halt, ja, eben wie Simmel da auch schreibt, das rückhaltlose Öffnung und Hingabe in eine reizlos banale Gewöhnung münden kann. Aber, so, dennoch gibt es dann Menschen, die sich ohne Gefahr ganz dahin geben können, wo der Reichtum ihrer Seele in fortwährenden Weiterentwicklungen beruht, die in jeder Hingabe sogleich neue Schätze nachwachsen lassen. Also, da, wo eben immer schön Neues entsteht, in einer Beziehung kann man dann auch offen sein. Dann gibt es natürlich auch gewisse Probleme, weil sich sicherlich auch Sitten und Moral auch ändern. Aber, dennoch, wenn man mit der eigenen Privat- und Intimsphäre undifferenziert umgeht, kann das eben auch häufig zu Problemen führen. Also, wenn man sich zu sehr entblößt, kann man leicht auch an Wertschätzung, Achtung und Respekt verlieren. Und es kann einen Mangel an Selbstachtung offenbaren. Und, ja, und manche eben Informationen, muss ich so sagen, aus Privat- oder Intimsphäre empfindet man einfach auch als Belästigung, so das Too-Much-Information-Syndrom, wenn man einfach manche Dinge tatsächlich nicht wissen möchte. Es gibt dann auch, ja, natürlich niedere Motive, so, ja, sich stolz wichtig erhaben zu fühlen, wie Simmel so schön schreibt, ein Besitzerstolz, der seine rechte Bedeutung nicht schon durch das positive Haben gewinnt, sondern daraus, dass andere ihn entbehren müssen. Und das ist dieses kindliche Edge, ich weiß, was du nicht weißt, dieses Gefühl, sich erhaben zu finden. Und manchmal kann man auch bewusst Unbedeutendes wichtig erscheinen lassen, indem man ein Geheimnis drum macht. Ja, dann, Aussagen, das Geheimnis, erst mal als soziologische Form, ist neutral, ist einfach, ich weiß was, der weiß was nicht. Aber dadurch, ja, dass der Zweck und die Inhalte von Geheimnissen, ja, die bestimmen natürlich zwangsläufig auch die ethische Wahrnehmung. Und da ist es so, dass eben Geheimnisse meistens etwas verbergen, was, ja, wie ich hier geschrieben habe, anstößig, unanständig, übel, schändlich, schmachvoll, infam, ruchlos oder gar kriminell ist. Und, ja, Simmel sagte dazu eben auch, das Böse steht mit dem Geheimnis in einem unmittelbaren Zusammenhang und aus naheliegenden Gründen verbirgt sich das Unsittliche. und noch hinzufügen, der Freiheitsraum, der durch Geheimnisse geschaffen wird, ist eben auch der Raum, wo Missstände bewahrt werden und Korruption und Verbrechen gedeihen. Jetzt mal so eine kleine ethische Zwischenbilanz zu ziehen. So, die Macht, ja, das Geheimnis kann natürlich jeder benutzen, die Macht und den Schutz, aber die Benutzung kann man, glaube ich, unterschiedlich bewerten, je nachdem, in welcher Machtposition sich der Geheimnisbenutzer befindet. Und da bin ich der Meinung, dass der Schwache den Schutz des Geheimnisses einfach beanspruchen kann, während der Starke eben in der Pflicht ist, sich durch objektives und offenes Handeln zu rechtfertigen. Wobei man da natürlich auch immer gucken muss, wann ist wer eigentlich in einer starken und schwachen Position. Und gerade, wenn man sich fragt, okay, Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, darf sie sich eigentlich des Geheimnisses bedienen? Und da kann man, glaube ich, konstatieren, dass auch der einzelne Mächtige nicht mit dem Staat identisch ist, sondern dass auch jeder einzelne Vertreter des Staates sich für sich genommen durchaus in einer schwachen Position manchmal befinden kann. Aber eben da, wo sich der Starke dann auch noch zusätzlich des Geheimnisses bedient, wird ein bereits bestehendes Ungleichgewicht der Macht auch noch vergrößert. Und das ist irgendwie unfair. Und da kann man eben auch sagen, es ist egal an der Stelle erst mal, was das Geheimnis verbirgt. Auch ein Verbrecher hat einfach das Recht, seine Taten zu verheimlichen. Moment, ich lege mal meine Jacke ab. Ich finde, es wird etwas warm hier. So, dann jetzt die Wirkung des Geheimnisses. Wir hatten jetzt gerade ein bisschen geschaut, was das Geheimnis mit dem Einzelnen macht. Wenn man jetzt auf ganze Gruppen geht, dann kann man erst mal feststellen, dass Geheimnisse soziale Strukturen festigen und oft eben auch dem Zweck dienen, Hierarchien herauszubilden und zu festigen. Und ja, das Übliche, die Höhergestellten haben den Zugang zu den Geheimnissen, verbinden sich dadurch und grenzen sich dadurch von den Niedrigergestellten ab, die von den Geheimnissen ausgeschlossen sind. Und da hat Simmel auch schon vor 100 Jahren, wo das Thema auch geheime Gesellschaft noch eine größere Rolle spielte, dass er die geheime Gesellschaft eben auch als ungesunde Gemeinschaft charakterisierte. Mit den Worten der geheimen Gesellschaft fehlt völlig das organische Wachstum, der Instinktcharakter der Akkumulierung, jede unbefangene Selbstverständlichkeit des Zueinandergehörens und Einheitbildens. Und tatsächlich ist es so, dass auch bei vielen Organisationen, ich habe jetzt auch durch meine Arbeit im Verfassungsschutzausschuss einige Einblicke, tiefere Einblicke so beispielsweise in rechtsradikale Strukturen bekommen. Und was da an Streitigkeiten abläuft in diesen Gesellschaften, die auch im Geheimen eigentlich agieren, das ist ja oft sehr phänomenal. Beispielsweise welche Probleme, die beim Urheberrecht haben, beim Verlegen irgendwelcher illegalen CDs zum Beispiel, weil die können ja keine Abmahnungen schicken, wenn jetzt irgendjemand dort Bootlegs herstellt und wie gesagt ganz andere interessante Dinge, sodass man froh sein kann, dass wir als Partei im Offenen agieren können, weil im Verborgenen ist es alles noch viel schlimmer mit den Auseinandersetzungen. Dann auch eine Feststellung, einfach geheimes Verhandeln erleichtert die Übereinkunft. Das weiß man seit Jahrhunderten und das ist auch das Hauptmotiv, warum auch heutzutage immer noch gerne in kleinen Gruppen im Geheimen verhandelt wird. Und der Grund ist auch ein ganz einfacher, dass nämlich, wenn man sich in einer Verhandlungssituation befindet und von außen in jeder Phase hineingewirkt wird, dann ist klar, dann sind Fallenkompromisse deutlich schwerer. Jetzt kommen wir zu den Problemen oder Nachteilen. Natürlich muss man irgendwann, wenn man geheim verhandelt, ist man dann oft auf die Zustimmung der Öffentlichkeit oder in einer größeren Gruppe angewiesen, geht dann nach draußen und dann ist aber die Akzeptanz natürlich für Ergebnisse von geheimen Verhandlungen deutlich geringer. Allein deswegen, weil die Verhandlungen geheim waren, unabhängig vom Ergebnis oder anderen Dingen. Und ein Grund dafür ist auch noch, dass Geheimnisse nämlich furchterregend sind. Und da hat Simmel auch Schönes zugeschrieben, nämlich der Mensch hat selten dem wenig oder nur ungefähr Bekannten gegenüber eine ruhige und rationale Handlung. Der Leichtsinn, der das Unbekannte als nicht vorhanden behandelt und die ängstliche Fantastik, die es gerade zu ungeheuren Gefahren und Erschrecknissen aufbläht, pflegen sich in sein Verhalten zu teilen, so scheint die geheime Gesellschaft schon als geheime gefährlich. Und das ist sozusagen der eine Aspekt. Und diese Bedrohlichkeit wurde dann aber auch gerne oder wird auch in autoritären Herrschaftssystemen dann wiederum ausgenutzt. Das hat Simmel da auch festgestellt, nämlich dass das Unbekannte als solches schreckhaft mächtig bedrohend erscheint. Zunächst damit aus, dass sie die numerische Geringfügigkeit der herrschenden Klasse zu verstecken versucht. Das war im alten Venedig beispielsweise so, dass dann die mächtigen und hohen Beamten sich halt von den Kleidervorschriften her so gekleidet haben wie alle anderen, damit man eben nicht feststellte, wie wenige sie eigentlich sind. Dann auch als Argument ganz augenfällig, ganz logisch, Geheimnisse sind komplett antidemokratisch, weil wer nicht weiß, was los ist, kann auch nicht mitbestimmen. Und da hat eben auch wiederum Simmel gesagt, dass die Benutzung des Geheimnisses innerhalb des aristokratischen Regimes nur die äußerste Steigerung jener sozialen Abschließung und Exemption deretwegen die Aristokratie einer allgemein fundamental festgelegten Gesetzgebung zu widerstreben pflegt. Und dann auch sehr schön eben im Gegensatz dazu ist mit dem demokratischen Prinzip, dass der Öffentlichkeit verbunden und in der gleichen Gesinnung die Tendenz auf allgemeine Grundgesetze. Und das zeigt halt auch nochmal ganz schön, warum halt für uns das Thema Transparenz auch so wichtig ist, einmal wegen eben dieser Funktion, wegen dem Zusammenhang mit der Demokratie und aber auch eben mit Rechtsstaatlichkeit einfach, weil eben das Geheimnis auch Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit macht. Eine andere sehr interessante Erkenntnis ist, dass gerade im Staatswesen, da wo Geheimnisse sind oder Geheimnisse notwendig sind, das auf Schwäche oder Unreife hindeutet. Das heißt, ja, vielleicht noch rückblickend historisch. Sehr schönes Zitat, deswegen lese ich es hier auch nochmal vor. Dagegen pflegten die Träger der öffentlichen Interessen, sich in Staatswesen früherer Zeit in mystische Autorität zu hüllen, während ihnen in reiferen und größeren Verhältnissen durch die Ausdehnung ihres Herrschaftsbezirkes, durch die Objektivität ihrer Technik, durch die Distanz von jeder Einzelperson eine Sicherheit und Würde zuwächst, die sie die Öffentlichkeit ihres Gebarens vertragen lässt. Und auch so ein wichtiges Ding, dass eben noch im 17. und 18. Jahrhundert die Höhe der Staatsschulden, die Steuereinnahmen, die Kopfzahl des Militärs und andere Dinge geheim waren, wo wir heute natürlich kein Geheimnis mehr draus machen. Und insofern kann man jetzt auch als Strategie und Argumentation erstmal feststellen, dass ein Staatswesen, das eben transparent und öffentlichkeitsverträglich handelt, einfach reifer und sicherer ist als ein Staatswesen, dessen Gebaren vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen werden muss. Und umgekehrt ist es so, das war das, was Simmel mit den objektiven Herrschaftstechniken bezeichnete, dass nämlich ein Staat, der Gesetzen und Prinzipien gemäß handelt, einfach weniger zu verbergen braucht, weil ja die Handlungen weitgehend vorhersagbar und rechtfertigbar sind. Und man auch feststellen kann, Geheimniskrämerei ist ein Merkmal von unterentwickelten Unrechts- und Willkürstaaten. Und ein entscheidender Punkt, wiederum auch ein sehr schönes Zitat vor 106 Jahren, das Geheimnis gleicht schließlich nur dem Schutz, den man durch Abhalten von Störungen gewinnt und macht deshalb zweckmäßigerweise dem anderen Platz, nämlich dem durch die Kraft, die den Störungen gewachsen ist. Dann zwei weitere Feststellungen auch von Simmel, nämlich das Schwache Neue. sich verbirgt, wobei das heutzutage deutlich weniger geworden ist. Aber früher war es halt schon so, dass junge Erkenntnis, Moral, Partei schwach und schutzbedürftig war und sich deswegen verborgen hat. Das ist bei uns oft nicht mehr nötig. Aber man kann auch feststellen, auch in unserer Gesellschaft ist der Freiheitsraum umso begrenzter. Aber je mehr das neue, entweder alte Besitzstände bedroht oder gar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Konflikt gerät, da ist dann halt auch bei uns Schluss mit lustig. Und interessanterweise flüchtet sich das sterbende Alte auch ins Geheimnis. Da bringt Simmel als Beispiel die Herabdrückung der deutschen Gemeindegenossenschaften durch die erstarkenden Zentralgewalten. Und heutzutage kann man sagen, ist es auch hochaktuell, wenn nämlich beispielsweise sich die sogenannten Kartelle der Angst rausbilden. Mafia, kann man sagen. Und dann versuchen mit Gesetzen aussterbende Geschäftsmodelle am Leben zu erhalten oder Repressionen zu organisieren oder Geheimverträge. Auch das ist ein Indiz dafür, dass da etwas am Sterben ist, wenn die Dinge im Verborgenen passieren. Was aber sicherlich auch jeder weiß und kennt, ein Geheimnis um das zwei Wissen sei keines mehr. Das heißt, man muss damit rechnen, grundsätzlich, dass alles, was geheim ist, natürlich auch irgendwie rauskommen kann. Das heißt, in dem Moment, wo man auch das Geheimnis als Schutz wählt, muss man damit planen, dass es eben etwas, dass es auffliegt. Und tatsächlich sagt Simmel eben auch noch, dass interessanterweise überhaupt das Geheimnis auch automatisch Gegenbewegungen erzeugt, nämlich durch das Geheimnis erzeugt den Verrat auf der einen Seite und die Spionage auf der anderen Seite. Das heißt, das sind also beides, Verrat und Spionage, sind auch eigentlich Folge von Geheimnissen. Und er sieht eben auch an, ja, Verrat ist die Norm und dass etwas geheim bleibt, das eigentlich auf Dauer ist die Ausnahme. Ganz spannend fand ich damals die Aussage lange vor dem Internet von Simmel, alles Geschriebene ist potenziell öffentlich. Weil eben, wie er sagt, die Schriftlichkeit ein aller Geheimhaltung entgegengesetztes Wesen hat. Bevor es Schrift gab, gab es halt Zeugen, um Verträge zu bekunden. Und die schriftliche Form, wenn man die wählt, etwas aufschreibt, dann erzeugt man damit eine potenziell unbegrenzte Öffentlichkeit in dem Moment, wo man etwas aufschreibt. Und wie Simmel so schön sagt, so besitzt das Geschriebene eine objektive Existenz, die auf jede Garantie des Geheimbleibens verzichtet. Aber auch wieder, muss ich sagen, diese Ungeschütztheit gegen jede beliebige Kenntnisnahme lässt vielleicht die Indiskretion gegen den Brief als etwas besonders Unedles empfinden, sodass für feindere Gefühlsweisen gerade die Wehrlosigkeit des Briefes zu einer Schutzwehr seines Geheimbleibens wird. Also auch hier so ein Appell an die edle Gesinnung im Menschen. Und ja, da gibt es auch viele aktuelle Beispiele, gerade in der heutigen Zeit, wie leicht da der Verrat fällt, kann man an den Botschaftsdepeschen sehen. Und vermutlich ist es sogar so, dass ja alle sämtliche Staatsgeheimnisse, wahrscheinlich heutzutage auf einen fingernagelgroßen Datenträger passen und übers Internet blitzschnell verbreitet werden können. Also da, das Internet hat diese potenziell unbegrenzte Öffentlichkeit nochmal potenziert. Und man sollte sich darüber im Klaren sein, dass jede geheime Datenbank Sicherheitsrisiko darstellt und jederzeit öffentlich werden kann. Das heißt, als Konsequenz auch manche Dinge sollte man einfach nicht aufschreiben. Geheimnisse können wertvoll sein, ist auch natürlich klar. Früher war es auch so, als die Nachrichtenverbindungen noch nicht so gut waren, dass dann Telegramme oder Zeitungen halt, die dann per Schiff nach Amerika geliefert wurden, dann einen riesigen Einfluss auf die Börse hatten. Aber auch heute natürlich kann man einfach schlichtweg an der Börse aus frühzeitigen Informationen Kapital schlagen. Interessant ist hier aber auch, dass es in unserem Recht auch Gesetze gibt, die das Ausnutzen von Geheimnissen unter Strafe stellen, eben beispielsweise den Insiderhandel. Und das ist deswegen interessant, weil eben als Beispiel für ein Geheimnisverwertungsverbot man überlegen kann, ob man dieses Prinzip an anderen Stellen auch einsetzen kann. Patente und Betriebsgeheimnisse. Das Interessante an Patenten ist, dass bei Patenten, also Patente sind eigentlich etwas, um Transparenz zu fördern an der Stelle. Das heißt, gegenüber dem Betriebsgeheimnis ist das Patent eine überlegene Konstruktion, wo man eben sagt, gut, weil das mit den Geheimnissen nicht so gut funktioniert, legen wir offen und erhalten aber als Belohnung für das Offenlegen ein Schutzrecht. Und das zeigt halt hier an dem Beispiel, dass Schutzrechte prinzipiell erst mal gegenüber dem Geheimnis überlegen sind. Aber es zeigt eben auch, dass aus Schutzrechten neue Probleme erwachsen können. So, jetzt kommt der Versuch, aus all dem, aus all diesen einzelnen Dingen, so etwas wie eine politische Strategie zu formulieren, wie man denn jetzt vorgehen kann und soll, wenn man denn jetzt mehr Transparenz möchte. Und warum? Da gab es, glaube ich, auch ein paar ganz gute Gründe, schlichtweg, weil eben ein Staatswesen des Transparenz erträgt, einfach das fortschrittlichere Staatswesen ist und das rechtsstaatlichere und demokratischere. Und das Problem, was wir eben auch hatten, das kann, also der Begriff Transparenz kann halt leicht zur leeren Phrase werden, wenn man feststellt, in der Realität, man kriegt es halt nicht so hin, wie man das gerne hätte. Und es gibt halt nun mal ein Spannungsfeld zwischen der Schutzbedürftigkeit und dem Transparenzanspruch. Und dann ist natürlich noch die Frage auch der Handlungsunfähigkeit, in die man leicht hineingerät, wenn man nicht aufpasst. Und das Problem der Ausweichbewegung, dass man zwar so tut, als wäre man transparent, aber dann hinterher die eigentlich wichtigen Dinge außerhalb bespricht und dann quasi nur eine Transparenz-Simulation fährt. Und das ist einfach nur menschlich, was dann passiert. So, als ersten wichtigsten Schritt glaube ich, dass man anerkennen muss, dass politische Prozesse und Akteure schutzbedürftig sind. Nicht immer und nicht überall, im Gegenteil meistens nicht, aber es gibt schutzbedürftige Prozesse und es gibt Akteure oder Situationen, in denen Akteure einfach schutzbedürftig sind. So als Beispiele, einfach kreative Prozesse mit spontanen Ideen und Spinnereien und so ein bisschen ist das, was wir hier machen, wurde ja auch heute Morgen schon formuliert, ist auch so ein bisschen einen Schutzraum hier, der so einen kreativen Prozess ermöglicht, also auch eine Alternative, die wir hier haben, dann bei bestimmten Personalien also da habe ich das das erste Mal erlebt, als wir davor standen, ja, einen Kandidaten für das Landesverfassungsgericht in Berlin plötzlich zu nominieren als Piraten. Ja, wie geht man da jetzt vor mit all unserer Transparenz? Macht man da jetzt eine Ausschreibung? Wir suchen irgendwie einen Richter fürs Verfassungsgericht, meldet euch. schienen uns jetzt nicht so als die zielführende Alternative. Wir haben dann freundlicherweise als Service dann auch vom Justizsenator eine Liste bekommen mit Kandidaten, wo sie halt auch geeignete Kandidaten gescreent hatten, die so ein bisschen piratenverträglich waren. Aber ich denke, wir haben dieses Problem dann trotzdem ganz ohne viel Transparenz gelöst, indem wir dann halt in einem ja nicht ganz einfachen Prozess dann letztendlich Meinertsdarostik, der halt auch ja die unter anderem vor dem Bundesverfassungsgericht die Klage für die Vorratsdatenspeicherung geführt hat, da tatsächlich auch jemanden gefunden, wo es dann anschließend gar keinen Shitstorm gab, obwohl das Ganze komplett intransparent gelaufen ist. Das vielleicht noch hier als Beispiel oder generell stellt man fest, bei bestimmten Personalien, ich rede jetzt nicht von Parteiämtern, aber bei Besetzung halt mancher Positionen ist es so, dass dann oft ja der, der als erster genannt wird, der ist verbrannt. So, der wird es dann anschließend nicht. Und gut, das mit den Übereinkünften hatte ich schon, aber auf jeden Fall, wenn man jetzt ignoriert oder leugnet, dass es Schutzbedürftigkeit gibt, dann erzeugt es vor allem mehr Angst und mehr Abwehrreaktionen. Und ja, als Schutzmittel werden Geheimnisse gerne als Schutz genommen, natürlich, weil sie eben schnell und einfach und günstig verfügbar sind und weil anderer wirksamer Schutz eben oft schwierig herzustellen ist und manchmal gar nicht verfügbar zu sein scheint, aber man sollte sich klar machen, dass Geheimnisse trotzdem selten alternativlos sind. Man muss sich eben nur die Mühe machen. und da komme ich dann noch später zu, aber der zweite Punkt dann, wenn man sagt, ja, es gibt diesen Schutzbedarf und ja, wir können das Geheimnis, wir können Schutz aus dem Geheimnis ziehen, aber wir müssen uns im Klaren sein, wenn wir zum Geheimnis greifen, kaufen wir das trotzdem mit möglicherweise teuren Nachteilen am Ende, weil die Schwelle, das Geheimnis schnell einzukaufen ist günstig, aber die Rechnung, die Quittung kommt halt eventuell hinterher, weil erstens, wie gesagt, es ist nur ein vorübergehender Schutz, früher oder später wird es öffentlich und man kann nicht immer steuern, wann es öffentlich wird, das heißt, bepechert wird es auch gerade zur ungünstigsten Zeit öffentlich und die Schutzwirkung verkehrt sich dann in ein komplettes Gegenteil, weil wir gesehen haben, dem Geheimnis, was grundsätzlich Negatives anhaftet und weil wir der Gefahr ausgesetzt sind, dass das auch noch komplett überhöht wird in der Bedeutung. Man muss dann sagen, ja, vorübergehend verhindert man mit Geheimnissen vielleicht die Eintrittswahrscheinlichkeit von Skandalisierung, aber die mögliche politische Schadenshöhe wird erhöht damit und Geheimnisse behindern eben auch den Prozess, weil wir gesehen haben, sie antidemokratisch sind, von Beteiligung ausschließen, Potenzial an Sachverstand ausschließen, vermeidbare Opposition erzeugen und dann am Ende wir nur, weil wir diesen Schutz gewählt haben, eventuell ein sinnvolles und an sich zustimmungsfähiges Vorhaben verhindert werden kann. So im vierten Schritt, wenn man das jetzt irgendwie kommuniziert hat oder sich darüber klar geworden ist, natürlich die Frage, ja, Schutzbedürftigkeit haben wir erstmal grundsätzlich anerkannt, aber so besteht sie denn tatsächlich und was genau ist eigentlich schutzbedürftig und warum und dann stellt man fest, das ist halt einfach oft gegründende Ängste gibt, aber das macht diese Ängste, also davon gehen die nicht weg, nur weil sie jetzt irrational sind, sondern es sind halt dann echte Ängste, die zu echten Problemen führen, wenn man sich nicht drum kümmert und eine Sache, die sich als ja sehr hilfreich erwiesen hat, um Ängste zu entschärfen, ist dann in einer Runde diese Ängste einfach anzusprechen, so einfach zu sagen, ich habe Angst, dass so und damit ist dann oft schon vieles vom Tisch. Weitere Dinge, sie sind jetzt nur exemplarisch, das soll hier ja auch vor allem Denkanstoß sein, aber ja, skandalisierendes Verhalten zu ächten, halte ich auch für hilfreich, wenn man mehr Transparenz möchte, sich auch mit dem politischen Gegner zu solidarisieren, wenn er unfair angegangen wird und dann das ganze Thema objektive und faire Verfahrensregeln, wie wir sie teilweise auch auf unseren Parteitagen oder anderswo praktizieren, die man auch dann penibel einhalten sollte, wenn man das Gefühl hat, das ist eigentlich überflüssig an der Stelle, aber meist ist es so, dass gerade zu sehen, dass sie immer eingehalten werden und dass man keine Abkürzungen macht bei den Verfahrensregeln, das sorgt dann auch für Sicherheit und Schutz, Einsatz von Moderation natürlich und dann so Phasenmodelle, wo man beispielsweise, um jetzt Spinnereien zu schützen, explizit sagt, okay, wir machen jetzt eine Brainstorming-Phase, jeder kann sagen, was er will und in dieser Phase wird keine Kritik geäußert. Dann, ja, Geheimnisminimierung ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Ziel. Bei technischen Systemen ist es so, dass man versucht, eben, ja, den Teil des Geheimen, in dem Fall, auf einen kleinen Schlüssel zu beschränken und so kann man es teilweise dann auch in der Politik handhaben, durch Pseudonymisierung, durch Anonymisierung, wenn man über bestimmte Dinge redet, sodass man nicht das ganze Dokument weg schließen muss, sondern dann eben halt einfach den Namen weglässt und das wird tatsächlich in Berlin, habe ich festgestellt, beispielsweise im Verfassungsschutzausschuss tatsächlich so gehandhabt, dass in öffentlicher Sitzung abstrakt über die Vorgänge gesprochen wird oder eben die Namen nicht genannt werden und dass man, dass aber die Öffentlichkeit sehr wohl informiert ist darüber, was im Kern passiert und dass in der vertraulichen Sitzung man dann eben zusätzlich noch die Namen genannt bekommt und direkt in die Akten gucken kann. Ja, am Ende, wie gesagt, ich glaube, dass sich Transparenz bezahlt, aber wie gesagt, es ist nicht kostenlos zu haben, es ist nicht damit gemacht, einfach nur die Türen aufzumachen oder eine Kamera drauf zu halten, sondern das ist ja, das ist harte Arbeit, das ist oft auch schmerzhaft und es ist auch oft, also die Versuchung ist einfach da, zum Geheimnis zu greifen und es ist manchmal auch, muss man sagen, oft prohibitiv teuer, aber wenn man es schafft, ein bisschen vorauszudenken und sich halt die Mühe macht, glaube ich, das unterm Strich sich das Ganze bezahlt macht und meiner Meinung nach empfiehlt es sich eben aus all den genannten Gründen nicht mit der Brechstange vorzugehen, sondern auch aber eben auch nicht aufzugeben, sondern wenn eben der große Schritt nicht möglich ist, zu gucken, ob man in kleinen Schritten zum Ziel kommen kann. So, wir sind auch fast am Ende jetzt und dann noch jetzt der Hinweis, ja, Transparenz, wie gesagt, wichtig, wichtige Grundlage haben wir gesehen für ganz viele Dinge, aber das ist halt auch nur ein erster Schritt. So, ist glaube ich auch allen klar, es gibt andere Hemmschwellen, Barrieren, die, selbst wenn Transparenz hergestellt wird, verhindern, dass die Information tatsächlich genutzt wird oder das tatsächlich dadurch Teilhabe erzeugt wird. Man muss eben sich auch aktiv für Interesse werben und das Ganze auch im nächsten Schritt dann auch die Beteiligungsmöglichkeiten schaffen, für die Transparenz ja die Voraussetzung schaffen soll. Wenn die Beteiligung nicht da ist, erzeugt man dann nur Unzufriedenheit und dann ja die ganzen Vorgänge auch gut zu beleuchten und auch eben verdaulich und interessant aufzubereiten, weil beispielsweise eine Feststellung, die ich im Abgeordnetenhorst gemacht habe, dass eine Qualifikation für ja um Regierungsvertreter zu sein ist, auf Fragen so zu antworten, dass eigentlich niemand zuhören möchte und das alle abschalten. Jedenfalls ja im Parlament ist es so. Also sie antworten dann zwar richtig und wahrheitsgemäß und ausführlich aber man muss halt mit extremer Konzentration gucken, wann lassen sie irgendwie jetzt die Bemerkung fallen, mit der sie sich dann exkulpieren wollen, möglichst ohne dass das aber jemand mitbekommt. Also in insofern ja Verdaulichkeit. Ja, das war es auch schon jetzt von mir. Vielen Dank. Applaus Und ich denke, wir haben jetzt einiges an Zeit auch für Diskussion, Kommentare, Bemerkungen, gerne auch Fragen. Und das bitte immer am Mikrofon, dass im Stream das auch zu hören ist. Wer hat eine Frage? Okay. Mache ich mal den Anfang. Ich habe eigentlich zwei Sachen sogar. Das eine ist, dass ich denke, was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, dass es sicherlich immer irgendwie unterscheiden, dass man differenzieren muss, um was es geht in der Transparenz. Also manchmal geht es um bloße Information, bloße Daten oder so. Da denke ich, dass man damit auch gerade Transparenz verhindern kann, dass man mit Daten, mit Informationen sozusagen einen zuschüttet. dann geht es um Deutungen, also Studienergebnisse oder sozusagen das Wissen, was aus Informationen gezogen werden kann. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt, wo man sagen kann, da braucht man immer Transparenz. Und das Dritte, was du ja auch gesagt hast, sind halt so Ziele, Handlungen von Leuten oder so. Also wo wollen wir eigentlich hin? Was wollen wir? Wo man sicherlich auch vorübergehend auf Transparenz verzichten muss. Also ich glaube, man muss da unterscheiden, worum es eigentlich geht in der Transparenz. Sonst vermischt man das immer zu sehr. Und dann habe ich eine Sache, wo ich gar nicht mitgehen kann, das ist dieses, dass Transparenz sozusagen immer Demokratie voranbringt. Also das ist die Frage, also Demokratie ist auch immer Ausschluss. Und ich kann auch durch Transparenz zum Beispiel, durch mehr Transparenz auch ausschließen. Also zum Beispiel den, der sagt, ich will noch nicht, dass darüber gesprochen wird, ob ich vielleicht hier diesen Posten übernehme oder so. Den schließe ich damit aus. Oder wenn man sagt, ihr müsst euer ganzes Leben offenlegen, da gibt es viele, die sagen, okay, dann mache ich eben nicht mit. Also Transparenz ist auch ein Ausschlussprinzip und führt nicht immer zu mehr Demokratie. Und letztendlich ist Demokratie auch Gruppenbildung und man kämpft gegeneinander. und da hat man auch natürlich das Bedürfnis, in der Gruppe stark zu sein. Ja, ist ein guter Punkt, guter Hinweis, nochmal, dass Transparenz auch tatsächlich zum Ausschluss führen kann, dass sie sich ins Gegenteil verkehren kann. wobei ich trotzdem glaube, dass das als Grundsatz dieses diese objektiven Regierungs- und Handlungstechniken, die halt ohne Ansehen der Person, also das, was wir halt als Rechtsstaatlichkeit betrachten, schon durch Transparenz vorangebracht wird. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Pavel, ich fand deinen Beitrag insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was jetzt aktuell bei den politischen Mitbewerbern passiert, extrem wichtig und sage auch nochmal Danke, wenn man sich den nordrhein-westfälischen rot-grünen Koalitionsvertrag mal aufmerksam durchliest, das sind 189 Seiten in normaler Typo, dort taucht 28 Mal das Wort Transparenz auf, auch in Kompositerbildung wie Markttransparenz oder sowas und 22 Mal das Wort Transparent, auch in einem Komparativ Transparenter, also ungefähr 50 Mal im Prinzip auf jeder dritten Seite und in Reden in Nordrhein-Westfalen ist das schon so gewesen, wir haben die These aufgestellt, wenn jeder Politiker 5 Euro in die Kasse einzahlt für die Verwendung des Wortes Transparent oder eines ähnlichen Wortes, dann sind wir in drei Jahren die Staatsverschuldung los. Also insofern ist das extrem wichtig, was der Pavel da gemacht hat und wir müssen da jetzt aber auch schneller sein als die Konkurrenz, wenn wir politisch überleben wollen, dieser alte Piratengedanke zu sagen, wenn die anderen unsere Ideen übernommen haben, können wir zurück nach Hause und Party machen, wird nicht funktionieren, weil die übernehmen die Begriffe, aber nicht den Content, der in den Ideen drin steckt. Und in dem Zusammenhang noch eine Frage an dich, was mich besonders bewegt in der letzten Zeit, ist diese Phasenmodelle, Brainstorming. Wir gehen ja selber mit uns auch sehr, sehr ruppig um, indem wir einfach viel zu früh bei irgendwelchen Ideen Wertungen vornehmen und es der beschissenen Ideen nicht zulassen, bei jemand anders eine Assoziation hervorzurufen, die gut ist. Also diese Nichtbewertungsphasen sind extrem wichtig. Das Problem ist aber, wenn wir in einer Fraktionssitzung beispielsweise eine solche Phase haben und die anderen hängen im Stream und äußern sich, ich meine jetzt nicht die Parteieigenen, sondern andere, die sich auch äußern, hat das wieder eine Rückwirkung und ich würde an der Stelle wirklich den Begriff Transparenz eingrenzen wollen und vielleicht dich nochmal fragen, inwieweit du deine Möglichkeit siehst, diese kreativen, empfindlichen Geburtsphasen ein klein wenig zu schützen, ohne jetzt gleich ins totale Geheimnis zu verfallen. Ja, also jetzt auf das Letzte, wo wir ganz gute Erfahrungen gemacht haben im Berlin-Wahlkampf, eigentlich war die Frage, wie transparent organisieren wir jetzt unsere Wahlkampfstrategie, weil das war ja nun auch, weil der Gegner liest mit, auf der anderen Seite will natürlich jeder bei der Entwicklung der Wahlkampfstrategie mitmachen, also da jemanden auszuschließen, erzeugt halt auch die genannten Effekte und was wir da dann gemacht haben, war das so zu organisieren, dass schon jeder mitmachen konnte, es wurde allerdings jetzt nicht gestreamt oder aufgezeichnet, aber es war insofern offen, dass jeder halt kommen konnte und dann eben auch Prozesse gemacht haben, einmal dadurch, dass die Gruppe natürlich dann sehr groß war, Moderationstechniken hatten, wo die Gruppe dann geteilt wird in sechs bis acht Teilnehmer und dann jeweils auch so einfache Phasen eben wie mit Brainstorming, also eine Sammelfase, dann anschließend eine Ordnungsphase, wo geklustert wurde, dann eine Gewichtungsphase und die Bewertungsphase erst ganz nach hinten gehängt. Das war ein Prozess, der zwar aus anderen Gründen dann nicht am Ende nicht die Ergebnisse gebracht hat, die wir, also jedenfalls nicht im direkten Anschluss, die wir uns erhofft hatten, weil das Zusammenziehen dann schwierig war, aber im Endeffekt dann im Wahlkampf ganz wichtig war, weil viele Leute daran beteiligt waren. Insofern, ja, man kann das mit verschiedensten Moderationstechniken glaube ich hinkriegen. Eine Fraktionssitzung hat allerdings, es ist ein Format, hat eine bestimmte Form, eine Geschäftsordnung einen Ablauf, wo das in der Form meiner Meinung nach nicht reinpasst, sondern da muss man ein anderes Veranstaltungsformat finden, um sowas zu tun oder die Geschäftsordnung vielleicht weiterentwickeln, dass sie solche Phasenmodelle zulässt und enthält, aber ich glaube, das würde die Fraktionssitzung überfrachten, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ja, bei mir haben sich mittlerweile gleich drei Punkte aufgesammelt, einerseits, ich bin von der Konkurrenz, ich bin ein Grüner, ich bin Ernesto, bin dort irgendwie in der grünen Basis aus Bochum, zwei, drei kennen mich sicherlich ja auch. Das, was mir jetzt gerade an dieser praktischen Sache sehr auffällt, ist, ihr redet relativ viel oder wir haben hier relativ viel über Transparenz, also eigene Transparenz und Transparenz, wie man fordern kann, geredet. Oftmals ist es aber so, dass man von anderen Transparenz erwartet, insbesondere von der Verwaltung und ich denke, die, die im Landtag sitzen oder die, die schon irgendwie ein bisschen Erfahrung in der Stadtpolitik gemacht haben, die haben festgestellt, die Verwaltung hat auch so eine eigene Dynamik. Oftmals ist es also gar nicht so die Transparenz, die man selber sich vorstellt, sondern wie bringt man Menschen, deren Transparenz völlig fern ist, wie bringt man das denen bei? Das ist auch eine ganz elementare Frage hinter dem, den Vortrag fand ich extrem gut, auch aus Basis, aber diese Umsetzung, diesen Schritt dazu, wie bringe ich Transparenz zu Leuten, die grundsätzlich abseits der Transparenz arbeiten, die Frage zu beantworten. Ich denke, daran werdet ihr kämpfen, daran werden wir Grünen sicherlich auch noch irgendwas mit zu tun haben und daran wird letztlich die ganze Politik mitkämpfen müssen, weil letztlich alle Parteien genau vor diesem Problem stehen, dass die Verwaltung eine eigene Meinung hat und diese auch gnadenlos durchsetzen kann. Was außerdem noch ist, Transparenz bedeutet nicht nur einfach Informationen bereitstellen, sondern auch ganz viel Aufarbeitung und wenn ich hier hinkomme und jetzt denke, okay, ich hätte jetzt keine Ahnung vom Internet, ich würde nicht twittern, dann würde ich hier hinkommen und denken, wo bin ich hier und wovon reden die eigentlich und was sind diese ganzen komischen Fachbegriffe? Transparenz ist auch verdammt viel Sprache und ja, es ist manchmal schwierig, dann tatsächlich dem zu folgen. Einen der Vorträge, die waren ja sehr stark in Richtung Gamification, dort hört es dann bei mir am Ende auch irgendwann mal auf und zu dem Thema Ausschluss hätte ich noch eine Sache, da passt das Thema Klarnamenpflicht ganz gut zu, weil letztlich den Klarnamen zu verwenden ist eine Aufgabe, ist auch Transparenz und das ist, glaube ich, auch ein Konfliktfeld, wo ist die Grenze, ab welcher Grenze ist man politisch aktiv und ab welcher Grenze muss man dann tatsächlich den Klarnamen verwenden, also ab welcher Grenze, wo ist das Amt und ist das bereits im Stadtrat bei ehrenamtlich Arbeitenden der Fall, muss man dort in jedem Fall immer Klarnamen haben bei einem Parteiamt, bei einem NGO-Amt, also diese Grenze abzuwägen, die sehe ich auch als eine durchaus diskussionswürdige, eine diskussionswürdige Sache, weil das ist nicht immer so ganz einfach, wie ihr selbst ja auch schon festgestellt habt. Ja, also es ist richtig, es gibt dieses Spannungsfeld, auf das habe ich auch hingewiesen zu den Persönlichkeitsrechten, auch natürlich, dass Transparenz nicht alles ist, das war der letzte Slide zu der Frage, wie kriegt man denn jetzt die Verwaltung dazu und da, denke ich, waren auch ein paar Ansätze drin, nämlich den Menschen einfach die Angst davor zu nehmen, auf der einen Seite, dass sie halt transparent sein dürfen und ihnen auch die Mittel bereitstellen, mit denen sie halt den notwendigen Schutz sich vielleicht schaffen können, weil das macht halt erstmal mehr Arbeit, das heißt letztendlich auch Vertrauen schaffen und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in der parlamentarischen Arbeit, ich habe, wenn ich irgendetwas wissen wollte, habe ich bisher wirklich jede Information erhalten, um die ich mich bemüht habe, nicht immer sofort und freiwillig, aber so durch freundliche Beharrlichkeit, so ist es, dann habe ich festgestellt, hat sich dieser Apparat dann doch zu meiner Überraschung als transparenter erwiesen, als ich das vorher vermutet hatte, aber es gibt natürlich auch klar, wenn man irgendwie hinkommt und mit Fackeln und Mistgabeln vorne weg stürmt, dass dann irgendwie die Tore hochgefahren werden, da braucht man sich dann auch nicht zu wundern. Ja, also ich bin Martin, also im Sinne der Transparenz, erst mal danke Pavel, das ist ein sehr schöner systematischer Vortrag gewesen und gerade der letzte Slide als Konklusio ist ein schöner Denkanstoß zum Weiterdenken. Meinem grünen Vorredner möchte ich da auf jeden Fall zustimmen, also das Problem ist tatsächlich eine Kulturfrage, gerade in der Verwaltung, also gute Erfahrungen machen wir beide, glaube ich, in der Parlamentsarbeit damit, mit gutem Beispiel voranzugehen und einfach auch zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, dass man einen Gesetzentwurf, bevor er von der Fraktion beschlossen wurde, ins Internet stellt und darüber offen diskutiert und dass man sich dann auch dadurch nichts strategisch- taktisches vergibt, sondern vielleicht sogar ein Mehrgewinn, also ein Zugewinn hat an Möglichkeiten und dann durch diese Offenheit. Was ich auch ganz wichtig finde und es ist jetzt schade, dass der Joachim Paul nicht mehr hier ist. Doch, ist er, sehr schön. Ich muss dir nämlich widersprechen, das ist totaler Quatsch, was du sagst. Wir müssen nicht schneller sein bei Sachen wie Transparenz als alle anderen, sonst sind wir irgendwie bedeutungslos. Das ist genau das Gegenteil müssen wir erreichen. Wir müssen gemeinsame Standards dafür entwickeln, denn ohne das kriegst du einen Verwaltungsapparat auch nicht dazu, der ja überparteilich arbeitet, prinzipiell muss, dazu irgendwas an der eigenen Kultur zu ändern. Es geht im Prinzip darum, auch bei den letzten Schritten, dass man im Sinne von transparenter Zielsetzung gemeinsame Standards definiert für Informationsfreiheit, für Nachvollziehbarkeit von politischen Prozessen, für die Aufarbeitung von Informationen, für Barrierefreiheit und das sind auch Begriffe, die ich dann im Zuge von dieser ganzen Diskussion viel lieber benutze als den Begriff Transparenz, denn der an sich ist ausgrenzend, der ist nämlich nicht wohl definiert, also wenn das Transparenz ist, ist es durchsichtig, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, also Nachvollziehbarkeit, Informationsfreiheit, Barrierefreiheit sind da wesentlich bessere Begriffe, die man ausdiskutieren, die man standardisieren kann und das ist was, was man gemeinsam anstrengen muss und wenn man das nämlich nicht tut, dann kommt man selbst, das was du gerade kritisiert hast an den anderen, das kennen wir ja auch aus dem Parlament, dass jeder irgendwie dreimal Transparenz sagt in einem Ausschussstatement, das passiert dann bei uns auch, das ist auch das, was uns die Presse zu Recht vorwirft, weil dann immer gleich totale Transparenz da steht, obwohl wir das eigentlich gar nicht gemeint haben, weil wir eben nicht klar definiert haben und Standards eingezogen haben, also die drei Sachen, dass man Standards braucht, dass man sich über die Sprache Gedanken machen muss und dass es halt eine Kulturfrage ist, wo man im besten Fall mit gutem Beispiel vorangeht und das überparteilich. Ich stimme dem zu, würde aber die Worte, das ist totaler Quatsch, kommunieren im Sinne von gewalttätiger Kommunikation. Ist es okay, wenn er direkt darauf antwortet? Ich sehe kein Problem. Mit diesem Schnellersein, das mit dem Quatsch vergessen wir, kein Thema, kann man machen, es muss auch mal rappeln dürfen bei Piraten, finde ich. Ich muss dir da wiederum widersprechen, lieber Martin, weil wir momentan in Nordrhein-Westfalen die Erfahrung machen, dass man so gedankenlos, wie wir mit dem Begriff Transparenz umgegangen sind bislang, wo ich Pavel nochmal sehr dankbar für bin, dass er das ein wenig geschärft hat, so gedankenlos haben die anderen den übernommen. Und wenn ich sage, wir müssen schneller sein, dann meine ich, dass es für uns vielleicht essentiell werden kann, dort politisch Stuftmarken zu setzen, weil ich die Gefahr sehe, dass Begriffe und Sprachmacht definiert wird durch die anderen, dass man den Piraten die Rosinen pickt und was übrig bleibt, ist nur die Hülle, aber nicht das Fruchtfleisch. Und da hätte ich schon was gegen. Also im Bereich der Verhaltensvorschläge wurde gesagt, man soll sich mit einem politischen Gegner, wenn er ungefähr angegangen wird, solidarisieren und auf derselben Slide war die Aussage, man soll skandalisierendes Verhalten nicht tolerieren. Wenn ich jedoch zum Beispiel im Bereich der kommunalen Grundstumsfinanzierung oder Verkäufe Transparenz herstelle, dann ist es ja identisch mit skandalisierendem Verhalten. Gut, da, also ich habe da vielleicht dann eine andere Interpretation des Begriffes Skandalisierung, also natürlich gibt es Skandale, aber unter Skandalisierung verstehe ich dann schon, ja, den Vorgang halt Dinge über, ja, they took it out of context and blew it out of proportion, so fällt mir dazu, also als Merkmal von skandalisierendem Verfahren, also ja, aber klar, es gibt Skandale und die soll man natürlich auch benennen, aber es gibt eben auch, habe ich festgestellt, so eine Tendenz auch zu so einem Schwarz-Weiß-Malen, das heißt, jeder Skandal ist, oder jeder Missstand ist dann gleich ein riesengroßer Skandal, was der Sache auch nicht gut tut, weil man dadurch auch das Gefühl für die Proportion, also es gibt schlimme Dinge und es gibt weniger schlimme Dinge und wenn man dann irgendwie, und bei der Skandalisierung ist dann irgendwie immer alles gleich schlimm und, ja, das hilft nicht weiter, also insofern haben wir uns vielleicht beim Begriff Skandalisierung unterschiedliche Vorstellungen, was das, was sich dahinter verbirgt. Ja, vielleicht eine Sache, wo Martin und Joachim dann sogar fast wieder zusammenkommen, weil ich bin ja immer so ein Freund von, ich würde gern Sachen messen und wenn wir über Transparenz sprechen, würde ich gerne mal so hören, was du dir vorstellen könntest, was so Transparenz-Messparameter sind, weil wir natürlich dann den politischen Gegner, aber auch uns, wenn sie Sachen wie Transparenz fordern und sozusagen die Forderungen mit dem, was hinterher passiert, auch gegenüberstellen können, um dann in Zahlen vielleicht auch mal den Grad der Transparenzumsetzung irgendwie gegenüberstellen können. Da muss ich tatsächlich erst mal drüber nachdenken, was das Einzige, was mir spontan dazu eingefallen ist, ist die Frage nach Default-Einstellungen, also beim, also in der Berliner Verfassung hatten, das steht zum Beispiel drin, dass alle Ausschüsse erst mal grundsätzlich öffentlich tagen, das heißt, es bedarf sozusagen einer Handlung, um etwas nicht transparent zu machen oder zu verbergen und das ist das Einzige, was mir spontan einfällt, im Gegensatz zu, es ist erst mal alles nicht offen und ich muss etwas tun, damit es offen wird. Das war das Einzige, was mir spontan eingefallen ist, ansonsten, ob man irgendwie in, ja, wie viel, also in Aktenmengen oder sonst wie, weil ich weiß nicht, wenn, da muss man es sowieso prozentual erfassen, also das ist die zweite Sache, dass man vielleicht guckt, einen Gesamtbestand, also wie groß ist der Gesamtbestand an Informationen und wie viele davon sind öffentlich, wie viele davon sind nicht öffentlich, um eine Zahl zu bekommen, ja. Ja, du hattest ja deinen Vortrag angefangen mit Betrachtung über Geheimnisse und dementsprechend bist du stark darauf gegangen, Transparenz als Abwesenheit von Geheimnissen zu sehen. Also für mich als jetzt Nicht-Berufspolitiker ist es halt eigentlich eine andere Sichtweise wichtiger, nämlich die Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit von Prozessen und das ist eigentlich durchaus was anderes, denn auch wenn du jetzt alles filmst, was du sagst, hörst, siehst, hast du vielleicht keine Geheimnisse mehr, aber das ist für mich nicht nachvollziehbar, weil ich einfach schon von der Kapazität damit nichts anfangen kann. Und das hattest du ja am Ende gesagt, sehr viel werden Sachen veröffentlicht, die sind todeslangweilig in der Sprache geschrieben, die kann man nicht verstehen, wir verstecken es halt im Wiki, wir haben total schlecht geschriebene Protokolle, die man eigentlich nicht lesen will. Da kann man halt unheimlich viel machen, eigentlich beliebig viel und deswegen habe ich den Eindruck, dass es ganz klar ist beim Begriff Transparenz, also so wie ich den jetzt verstehen will, gibt es auch kein Endresultat, man kann immer mehr machen, man kann immer noch mehr Verschlagworten, noch mehr erklären, nach Wichtigkeiten sortieren. Dementsprechend, da das ein Endziel zu definieren wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und für mich als eher Beobachter von Politik, ist halt die Möglichkeit, schnell irgendwas zu verstehen und einordnen zu können, halt viel, viel wichtiger als halt Wortprotokolle tausende Seiten lang, damit kann ich einfach nichts anfangen. Ja, dazu würde ich sagen, also ich würde dafür plädieren, den Transparenzbegriff nicht mehr auszuweiten als unbedingt notwendig und würde für mich erst mal sagen, also tatsächlich Transparenz ist erst mal, wenn ich reingucken kann, wenn es da keine Barriere gibt, eben kein Geheimnis und das, was du jetzt gesagt hast, was ich ja auch in dem siebten Slide erwähnt habe, das sehe ich, würde ich schon ein Stück weit außerhalb der Transparenz sehen, sondern eben eher oben drauf gesetzt. Das ist halt dann Aufbereitungsarbeit, Kommunikationsarbeit, Verständlichkeit zusammenfassen, kondensieren und so weiter. Das ist und wenn ich Transparenz habe, kann das auch arbeitsteilig erfolgen. Das können dann auch andere machen. Aber insofern, also meine Meinung dazu, ich würde, wenn ich von Transparenz rede, tatsächlich an dem Punkt Halt machen, wo ich sagen wollte, okay, es ist im Prinzip erst mal alles da und alles Weitere ist auch wichtig, ist aber nicht Transparenz oder würde ich nicht mit dem Transparenzbegriff überfrachten. Ja, ich würde ganz gerne auch nochmal was dazu sagen mit dem inflationär gebrauchten Begriff von Transparent. Jeder versteht was anderes darunter. Wikileaks hast du ja auch erwähnt mit Zuschütten von Informationen und so weiter. Für mich stellt sich eine ganz andere Frage und da würde ich dem Joachim auch recht geben, dass er an der Stelle schnell sein müsst und nicht nur ihr als Piraten, sondern ich glaube generell wir Menschen, weil es hat ja was mit einer Haltung zu tun. Es hat was damit zu tun mit Vertrauen. Das heißt, ich will was verstehen können. Ich will nicht unbedingt alles wissen, was hier hinter verschlossenen Türen besprecht oder was irgendwo besprochen wird. Aber ich will es nachvollziehen können in der Politik, an meinem Arbeitsplatz, wo auch immer. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun mit Vertrauen und Ehrlichkeit. Das heißt, wenn ich einen Politiker habe, erwarte ich gar nicht von dem, dass der mir, dass ich alle seine Geheimnisse wissen muss oder das will, sondern ich will verstehen, warum handelt jemand so, wie er handelt. Und das reicht mir aus, ohne alle Informationen zu haben. Und was der Jörg gesagt hat, finde ich auch ganz wichtig. Jeder Mensch muss doch selber entscheiden dürfen, inwieweit er sich transparent machen will. Aber ich glaube, was doch wichtig ist für den anderen, dass ich ihm sozusagen gegenüber trete und durch meine Kommunikation klar machen kann, warum ich so handele, wie ich handele. Und dass es aber vielleicht einen Bereich gibt, wo ich gar nicht transporisch sagen will, aber das ist jetzt mein persönliches Geheimnis und das will ich behalten. Und ich glaube, das ist in der Politik, wird das ganz, ganz wichtig, nämlich nicht inflationär. Wir machen jetzt alles öffentlich, sondern ich möchte verstehen, warum ich wen wähle und warum. Und ich glaube, das bekomme ich nicht, indem ich halt Millionen von Protokollen nachlesen kann oder ähnliches, sondern das bekomme ich durch Vertrauen und dass ich merke, derjenige, der meint es ehrlich und macht das genau so, wie er sagt. Ja, kann ich insoweit zustimmen, dass Transparenz, gut, ich hatte es ja auch gesagt, Transparenz ist nicht alles, aber man muss aber auch ganz, ganz klar sagen, es gibt eben Bereiche, da handle ich nicht als Mensch, sondern da handle ich als Funktionär in einer bestimmten Eigenschaft, sozusagen als, also qua Amt beispielsweise. Und in den Bereichen, glaube ich, ist die Nachvollziehbarkeit, also da ist die Transparenz wichtig, dass halt all die Faktoren nachvollziehbar sind, auch wie ich gehandelt habe, warum ich gehandelt habe und dass ich halt eben auch objektiv gehandelt habe, gemäß halt den Rechtsgrundsätzen und das, und Transparenz, ich, ist halt an ganz vielen Stellen dennoch notwendig. Natürlich gibt es eben verschiedene Sphären, klar, meine Privatsphäre, also ich persönlich handhabe das auch so, also bei mir kommt kein Reporter nach Hause und ich erzähle auch nicht über meine Familie, wenn ich gefragt werde und Interviewanfragen, wo es irgendwie um meine Lebensgeschichte geht oder so, lehne ich halt grundsätzlich ab, weil das mit der Politik nichts zu tun hat. Also kann man jeder für sich anders entscheiden, aber natürlich gibt es da verschiedene Sphären, aber es gibt meiner Meinung nach eben auch sowohl die eher privat personenorientierten Sphären, wo man dann mehr oder weniger vertrauenerweckend wirkt, das muss jeder selber entscheiden, wie viel er von sich preisgibt, um vertrauensvoll, mehr oder weniger vertrauensvoll zu wirken, aber es gibt eben auch meiner Meinung nach diese Sphäre, wo ich halt als Organ handele und nicht als Person. Ich hätte noch eine Frage, was ich sehr interessant fand im Vortrag, war dieser Aspekt, Geheimnisse schützen die Schwächeren und wenn stärkere sich Geheimnisse bedienen, dann erhöhen die im Grunde das Machtgefälle zwischen den Starken und den Schwachen und ich wollte mal fragen, inwieweit du das jetzt auf diesen politischen Bereich, irgendwie auf Verwaltung hat man ja politisch noch ein Stück weit Einfluss, aber es gibt ja auch andere mächtige gesellschaftliche Einrichtungen irgendwie. Würdest du sagen, dass es halt auch wünschenswert ist, dass man das Richtung Konzerne oder Richtung andere Institutionen ausdehnt und dass es halt dort auch einen Vertrauensgewinn oder einen gesellschaftlichen Gewinn bringen würde? Oder hast du das jetzt erstmal direkt auf Verwaltung bezogen? Ja, gut, das ist jetzt eine schöne, komplexe Frage, zu der mir eine ganze Menge einfällt. Ich sage nur mal ein paar Stichworte, das wäre nochmal eine komplette Diskussion für sich. Erstens, interessanterweise ist nach deutscher Verfassung haben Konzerne Persönlichkeitsrechte, also nach unserer Verfassung, das heißt, die haben eben auch Recht auf Persönlichkeitsschutz, das ist so die eine Sache. Die zweite Sache mit dem Machtgefälle oder dem Machtunterschied, da funktioniert unser System so, dass wir möglichst Pluralität erhalten, das heißt, wir versuchen eigentlich nicht jetzt politisch uns gegen diese mächtigen Konzerne zu stellen als Staat, sondern die sich untereinander bekämpfen zu lassen, damit uns das nicht so viel Kraft kostet, sondern die sollen das halt gegeneinander, untereinander und sich dadurch ein bisschen neutralisieren. Und dann des Weiteren gibt es ja gerade in großen Konzernen, die haben ja auch das Problem, dass sie unter Intransparenz selbst leiden. Das heißt, da gibt es auch eine ganz große Bewegung eigentlich im Interesse der Konzerne transparenter und nachvollziehbarer zu werden, um eben ja auch dieses Problem mit Missständen und Korruption, das hat nicht nur die öffentliche Verwaltung oder Staaten, sondern dieses Problem plagt, wie wir wissen, eben auch Konzerne und das ist und aus dem Grunde gibt es da auch eine große, ich sage mal Open-Bewegung, gerade in den, also die USA sind da einfach Vorreiter, auch wo eben man ja diesen Trend auch zu mehr Offenheit und Transparenz sehen kann, weil die das Gefühl haben, das ist gesund und gut für unsere Firma, weil eben auch diese Gesetze mit den objektiven Handlungstechniken und so, das sind alles auch Sachen, die natürlich die Konzerne auch gerne haben wollen und aus dem Grund sind die da teilweise Transparenz-Vorreiter Ich glaube, ich muss mich beeilen, weil wir gleich Schluss machen. Also zum ersten Mal, ich weiß, dass es keine gewaltfreie Kommunikation ist und ich nutze das, ich hoffe, ihr vergebt es mir manchmal mit Absicht. Ich möchte aber trotzdem noch mal widersprechen, also das klingt immer noch, was auch der Joachim gesagt hat, so als befinden wir uns in einem Wettrennen. Mein Plädoyer ist, dass wir zuerst mal bei uns selbst anfangen müssen. Wir haben extrem weite, weit gefasste Parteiprogramme und hohe Ansprüche und halten solche großartigen Vorträge hier, setzen aber den absoluten Großteil dessen, was wir uns da vorstellen können und fordern, selbst nicht um. Und das ist der Punkt. Da stimme ich dann auch Joachim zu, dass wir da schnell sein müssen, weil da müssen wir einfach für uns schnell sein, sonst sind wir unglaubwürdig. Zu dem, was gerade gefragt wurde, kann ich mal auf den Vortrag morgen um 10 von der Laura Dornheim verweisen, die redet nämlich genau darüber, über den Corporate Governance Codex und über Transparenz in der Wirtschaft und solche Sachen. Da gibt es einige Probleme, wird aber auch schon gefordert seit einer ganzen Weile. Und was die Sache mit dem Persönlichkeitsschutz von Betrieben und von Unternehmen angeht, da kann man ja noch mal draußen vielleicht über das Transparenzgesetz aus Hamburg und was jetzt in Berlin diskutiert wird, diskutieren, weil da wird das Problem auch aufgenommen und zumindest für öffentliche Betriebe angegangen. Ja gut, meine Frage war, wie wir jetzt in der Zeit... Also ein Schlusswort könntest du jetzt noch halten. Ja gut, nein, ich freue mich, ja, danke mich für die Aufmerksamkeit und hab, ja, gut, was soll ich sonst noch sagen, ich bin durch. Applaus 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 Applaus